Prozent ihr habt auch einen Krieg gefehlungen ich sei ein paar Schuhe ich glaube ich habe ich es geht nicht nachher noch gehen werde Oren ich habe der eine die das Makotik er hat 15 Prozent erneute Schildstärke pro Sekunde sollte man sich mal ausfallen der fünf Sekunden Prozent der Christoph Läge die Glocke um 20 Prozent nach der Geschichte um mit Verringerung und dann kommt das ding hier langweilig ich komme gleich wirklich mit einem brick jetzt gibt es die kreaturen auf pandora werden schwächer spiel auf spielverlauf 2 eine theoretische frage wenn es möglich ist dass ich jetzt ein gegner mit vier schlägen töten kann auch bei vier spieler müssen eigentlich theoretisch gesehen alleine in den kälen oder das kann er an die vorhanden oder ein doch jetzt wollen wir doch als haupt du bist nicht weil ich will eigentlich wollte bei den soldaten kaputt kloppen hier jetzt gute beine los nein doch weil ich mache dir so etwa plus minus null schaden ja übrigens nur als info wir sollten auf jeden fall die marcus quest auf jeden fall noch erfüllen später noch wissen warum ganz einfach Hannibal siehst du da den äh dieses ja ich weiß da kommt ein malig oder zwei malig je nachdem ein shop raus ich weiß wie man ihn äh herauslegen kann von theoretisch gesehen man startet das spiel woanders man muss das spiel starten also nicht nur die das äh die session dann wirklich das spiel und dann ist er offen und wechselt dann auf Newhaven und dann ist er offen im normalfall gehen wir noch mal rein ist er wieder zu geht man raus von einer Anode ist das Sinn man muss also wirklich aus dem ganzen spiel rausgehen danke für die 100 erfahrung for free ich gebe euch auch ein paar waffen aber es gibt auch ein fight klar gibt ein intemporal leider die schuld hast du mir gedacht ein brick versus brick ja brick versus brick grün gespuckendes keks sind vollkommen immun und die säure schaden scheiße ja lass mal lass mal Chris lass mal lass es Chris ich wollte es ja nicht mal zeigen Mensch er ist eigentlich Chris das sollte jetzt eben ein epischer Moment werden wir können es ja heute Abend nochmal machen ich wollte es eigentlich ihm zeigen Mensch ja ist klar 68 ist klar na wer möchte ey ich nicht habt ihr den Donner gehört? ja die Waffe hab ich auch wieder mit 37 Emobrick ganz in schwarz Emobrick sag du kurz die Waffe was ist denn die Waffe? oder Emobrick hast du dir ne Waffe? du hast neuer auch? Duell? nein doch äh voll Chris jetzt bist du da scheiße drin nein ich hab dich gekrügelt er will er will Duell mit dir der Chris hat dich angehauen er will Duell mit dir aber auch schlag mich 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 da will mich schlag seht das Bild was ich euch geschickt habe auf Skype in der Konten da bist du es mein sagen will Chris lauf nicht weg seht das Bild da bist du jetzt genau lauf nicht weg komm her ich bin ein bisschen Suizid gefährdet deswegen mach ich jetzt den hier wenn er stehen bleiben würde ich glaube geht my horse my horse is amazing das kann doch lange weiter gehen keine Sorge das geht doch sehr lange so Junge bleib doch mal stehen du bist gegen mich ja ich bin auch extra vorsichtig mit welcher Waffe mach ich dich jetzt alle mit der los Auto wie viel Schaden mach ich schlag mich schlag mich ich sag nur bloß ich mach bloß 0 Schaden mal Laakampf testen mach ich mal auf irgendwelchen Schaden in Laakampf mach ich mal auf irgendwelchen Schaden in Laakampf Geh sterben Geh sterben Na wer ist der Nächste Na wer ist der Nächste Niemand das war jetzt nämlich erstmal bis später irgendwann Laakampf ich werde verfolgt ich werde verfolgt ich werde verfolgt und ich werde verfolgt Moment ihr wisst äh nicht zum Irr sondern machen wir erstmal Restkommen zu West äh fest zu Ende bei der Krieg wir auch unter anderem in den Automaten äh was Automaten welche erstmal die USMG-Magazier weil die Munitionssager kann man auch schnell kaputt Schlitzeljagd macht aus dem Spaß ey wer möchte ein Auto Niemand Niemand ich fahre lieber selber ich laufe lieber ok dann start mal das Display ich habe ein Auto die Aufnahme ist seit über 2 Minuten an oder so Stopp Scheiße Autsch und du sagst es mir nicht wer hat mich da gerade an die Wand gefahren Autsch theoretisch wäre ich jetzt blatt wie ein Pfannkuchen Theoretisch ja ja ich hab noch das Auto ja fail da wäre jetzt witzig wenn wir in einem Vierer Geschoss sitzen würden weil sich zusammengepackt hat ich glaube ich vier personen mitnehmen oder stand im järzland kann vier leute und jeder hat ein buch mit eine wichtige position da jeder eine einzelne waffe die und gesagt nur eins die lehnt haben es genauso toll ok was kann denn nun mal drei und vier 1 fährt nummer zwei schließt 1 fährt und schießt zwei schießt drei schießt und vier schießt nur eine gar nicht hinweg da war eine wand oder pfeiler Autsch warum müsst ihr mich mal an eine wand fahren wir müssen laufen warum müsst ihr mich immer an eine wand fahren leute warum nicht das geht schnell achte da kommen Smiley Ends äh ja One Hit Wonder ja das ist der Pascal schon wenn man ihn ansieht Anibal mit etwas glücklichen lernt das irgendwann er ist der Honigball das ist ja wirklich für den Arsch hier mit dem Team bei mir ruhig und rettet sich wer kann kann ich den Großen noch rettet sich wer kann los geht durch ich kümmere mich um die die Sintflut kommt ich muss durch den Dortmund zu um der Dahliebe in das ist erlaubnis verteilt erlaubnis verteilt wenn du es schon singst denn richtig h das ist in der Welt Schraube auf dem Kopf steht Ah, ja. Au. Von irgendeinem... Oh, der ist Stomper. Sag mal, irgendwer beballert mich. Können die mal aufhören? Das kitzelt. Das kitzelt an meinem Schild. Und der Ehre. Oh. Wenn ich das schon höre, das kitzelt, das kitzelt an meiner Ehre. Am Arsch mit deiner Ehre. Leute, ich hab noch genau ein fucking Health. Wo bist du? Fucking Health. Ali Paul, du musst geradeaus. Da kommen wir zu meinen sehr guten Freund. Ich hab nur ein verdammtes Leben. Wir werden erst die anderen festmachen. Hörst du? Oh, man. Jetzt kommen wir später dran. Ich werde jetzt die ganze anderen Fest hier fertig waren. Also das ist ja dasselbe wie ein Leben. Jetzt hab ich nur noch ein Leben. Ich hab kein Leben mehr. In doppelter Hinsicht. So gesehen hast du wirklich kein Leben. Krieg ich kein Leben? Ich habe kein Leben. Du hast nie ein Leben bei uns. Du bist ein RTL-Klischee. Ey, guck doch mal auf seine Leben. Er hat genau ein Leben. Der hat kein Leben auf Deutsch. Ja, aber in doppelter Hinsicht hab ich kein Leben. Meine Grenade. Juhu. Ich lieb's. Medikiert. Ey, nicht zu meinem Schutzschutz. Stellst fast keine kriegst du. Leute, es ist leider eins von hinten. Ich schau mich hier so ein bisschen um. Ich schau mich hier oben so ein bisschen um. Hier ist ein Lager, wo ja auch die ganzen Modifikationswaffen schon drin sind. Leute, Hilfe. Ja, ich schieße doch drauf. Ja, ich schieße doch drauf. Ja, ich schieße doch noch heimlich von hinten. Ich auch. Mit UC. Ich mit Smile. Oh, da hinten ist was Schönes. Du wirst es gerne helfen. Oh, da hinten ist was Schönes. Was denn? Ja, Gegner. Auf die ich drauf schießen kann. Ein König und ein Verführer. Ah, ich fall runter. Verdammter. Ja, ey, ist gerade goldene Hochzeit. Ja, Mann, Soldat hat der Ding. Okay, ich hab Spider-Ant-Mörder. Wow, schon 50? So. Ich irgendwie noch nicht so. Geht's zwischen? Oh, knallharter Schläger. Was, nur ein knallharter? Mit einem Brokkie und das darf er nicht abfeuern. Ja. Du, wie, du hast mein Schick kaputt gemacht. Das ist gelass. Der Schick hast du. Oh, der in Schub mit Terribble Matadour gehabt. Das erkennt einiges. So, jetzt kann man ihn schützen mit Blitzschießen. Ernsthaft, du, die Terribble Matadour ist in der Lage, mich großartig zu schädigen. Ich glaub, dein Bitter war auch nicht so. Ich glaub, ich hab ne Waffe für dich vielleicht unter Umständen. Ich hab vorhin mal was Schlaues eingesammelt. Oh ja. Hoffentlich was Neißes. Achso. Dumm, 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 dumm. Geh ich meine Schrot dafür her. Meine Schrot nutzt ich höch so kaum. Ich brauch unbedingt Schnellschuss. Mein Soldat ist für Schnellschuss gut. Und Schrot, er hat beides. Du meinst jetzt für ein schweres Maschinengewehr. Und Schrot. Eben. Und ich dachte, hier wäre jetzt große Action. Habe ich mir auch vorgestellt, aber... Das ist nur ein Zwischpunkt, denn der nächste ist... Oh, Geld. Hallo, Geld. Geld, die Techno-Welt. Du hast die ganze gestohlen. Gib sie wieder her. Gib sie wieder her. Junge. Schnauze. Fick du freaking fick fick. Er ist eingefunden. Copy. Nein. Hast du nichts. Ah, bist du direkt. Wo ist der Kerl? Irgendwo, wo wir nicht sind. Ich bin am Ziel, dass ich so weit weg... Ah, ich bin fast, jo. Ich bin gleich da. Wow. Ich komme. Sind noch ein paar Gegner, das geht noch. Ja, Patsch, jo. Was denn? Mach ab. Hier ist es, hier ist es, hier ist die Arena. Was ist jetzt mit einer Arena, du? Wir hatten schon eine. Ist der bei Dien-Arena? Die Arena, ey, eine bestimmte Arena. Ach so, wir sind so eine Arena wie die andere Arena, in den Badlands, ja. Oh, nett, ich. Wir sind hier dann zusammen gegen die Kämpfen, meinst du das? Oh, nett, genau. Das finde ich nett. Anna, Moxie. Das sind drei blau-runden, glaube ich, mit den Banditen. Nicht nur gegen Banditen. Auch gegen die Aliens. Wir sind auch gegen Psycho, äh, Psycho, sag ich schon, gegen, äh, Skeks. Ja, bei Mad Moxie kämpfen wir auch gegen diese Eis-Aliens-Truhe. Oh, ich bin ruhig runtergefallen. Wächter. Wächter. Ja, gegen die Wächter. Na, nochmal. Style aber lassen immerhin Alien-Waffen fallen. Manchmal. Manchmal. Im seltensten Fall lassen die eine Alien-Waffe fallen. Bei mir haben sie bisher jedes Mal eine Waffe von Aliens gefallen. Bad Moxie. Gleich mal wieder da. Gutes Deutsch, Junge. Gefalle. Alle meine Entchen. You got it! Wollen wir die Arena jetzt machen? Schwimmen auf dem See. Kaputt schießen. Wuhu. Wuhu. Hier gibt es aber keinen Waffenladen. Schade eigentlich. Da kann man nur... Alle meine Nuttchen schwimmen auf dem See. Schwimmen in dem See. Okay, wer hat hier gerade um die Drogen genommen? Das ist Darkse. Ach, nee, ne. Das ist eine spätere Quest. Manu. Aber ich glaube, die war auch relativ hoch. Von Level her. 35, glaube ich. 42. Echt? 24. Die halbe Wahrheit.